Der Kekker hat natürlich ein Problem, er ist riesengroß und biecht auch ganz so viel, aber dafür gleicht er das durch Fakkelshaus. Wer es bewandert in Nautik, Sternehäuser, Astrologie, Astrologie und was man sich sonst noch vorstellt hat. Er kann selbst wenn er zwei Wege unter Wasser ist, noch den Sternenhimmel aufmachen. Zehn Zentimeter weiter also. Aber zehn Zentimeter kürzer jetzt. Er ist als Erster, in diesem Jahr den Fisch abzuwenden, es muss doch machbar sein. Ich glaube, einmal hat das jemand richtig gemacht. Bei der Beich nicht so schriegt. Nein, nein, der Jugendliga war das. Haben wir dann nicht so doll geschnitten, das war nicht schlecht. Meine Jugendliga. Ja, wo soll ich hin? Ich muss doch von mir bei der Ja. Wie viel gibt es denn? 150 Euro? Ja. Für die Jugendliga habe ich... Oh, Jenny! Für die Jugendliga habe ich jetzt die Stadt hier gerade gemacht. Ja, da geht es eigentlich. Ja, es bin ich in der Tat. Ich bin auf dem... Das ist zu einfach mal... Ich bin auf demトnenburgen. Und ich bin auf dem Zeitpunkt, ich bin auf dem Himmel. Ich bin auf dem Himmel. Ach, das ist weg. Nassi, keinemmensch, das ist deswegen. Vielen Dank.